Ja, meine Damen und Herren, heute ist der 27. Oktober, der Welttag des audiovisuellen Erbes, auf Englisch World Day for Audiovisual Heritage, und zudem darf ich Sie hier begrüßen. Das ist eine Einrichtung der UNESCO, die im Jahre 2005 von deren Generalkonferenz beschlossen wurde, um auf die Gefährdung dieses Erbes hinzuweisen und Archive und Initiativen bei der Bewahrung desselben zu ermuntern. Warum gerade der 27. Oktober? Nun, am 27. Oktober 1980 wurde von der Generalkonferenz der UNESCO die Empfehlung für die Sicherung und Bewahrung bewegter Bilder angenommen und damit zum ersten Mal die kulturelle und historische Bedeutung von Filmen und Fernsehprogrammen als mit schriftlichen Quellen prinzipiell gleichwertigen Dokumenten offiziell anerkannt, was keineswegs selbstverständlich ist und auch immer noch nicht überall selbstverständlich ist. Die UNESCO selbst vollzog dann diesen Schritt in der Praxis, als sie 2001 als ersten Film Fritz Langs Metropolis in ihre Liste des Weltdokumentenerbes aufnahm. Seit es den Welttag des audiovisuellen Erbes gibt, beteiligen sich auch die FIA-Archive mit Veranstaltungen daran. Die FIAF, das ist die Fédération Internationale des Archivs du Film, zu deren Mitgliedern auch hier das Deutsche Institut für Filmkunde gehört. Das offizielle Motto des diesjährigen Welttages lautet Discover, Remember and Share. Das soll bedeuten, dass audiovisuelle Dokumente erst einmal entdeckt und aufgearbeitet werden müssen und dass sie dann zugänglich gemacht werden, womit audiovisuelle Archive am Erhalt einer Art von Weltgedächtnis wesentlich mitwirken. Der Beitrag des TIFF in diesem Jahr ist die Digitalisierung des Films, den Sie gleich sehen werden, nämlich Kirmes von Wolfgang Staute aus dem Jahre 1960. Ich habe ausdrücklich Digitalisierung und nicht Restaurierung gesagt. Mit dem Begriff der Restaurierung wird ja heute sehr für Schindluder getrieben, in dem von manchen jede Digitalisierung zu einer solchen erklärt wird. Kirmes war niemals ein verlorener oder unzugänglicher Film, sodass das hauptsächliche Ziel dieser Digitalisierung die Verfügbarmachung des Films für den Kinoeinsatz mittels digitaler Verleihkopien, also DCPs, war. Nur die wenigsten Kinos können ja noch analoge Filmkopien abspielen. Das heißt nun nicht, dass in die Digitalisierung nicht viel Arbeit eingeflossen sei, ganz im Gegenteil. Vorlage war das 35 mm Original Bild und Ton negativ. Der Prozess ging dann so vonstatten, dass das Bild negativ in einer speziellen Waschanlage gereinigt und danach mit Wetgate in 4K gescannt wurde. Die weiteren Arbeitsschritte erfolgten in 2K 16 Bit, etwa eine Dichtekorrektur und Angleichung. So dann wurden im Negativ vorhandene Bildschäden wie Kratzer, Flecken, Klebestellenabdrücke digital retuschiert und für nötig wurde ein unruhiger Bildstand korrigiert. Das alles möglichst zurückhaltend, um nicht in die originalen Bildinformationen einzugreifen. Das mit dem Wetgate sollte ich vielleicht erklären. Das ist ein Kopierverfahren. Also normalerweise haben Sie einen Film, läuft der Filmstreifen, wenn er abgetastet wird, zwischen zwei Glasplatten, wo er auch eine hochdünne Luftschicht ist. Im Fall von Wetgate ist da eine Flüssigkeit eingefügt, die ungefähr die gleichen Brechungseigenschaften wie das Filmmaterial hat, sodass sehr viele Kratzer, die, wenn sie nicht ganz tief gehen, schon beim Kopieren verschwinden. Die Digitalisierung wurde unterstützt durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programms Digitalisierung des Nationalen Filmerbes 2016. Dafür bedanken wir uns. Vor ein paar Wochen bin ich durch Oberau gefahren. Das ist die Gemeinde vor Garmisch-Partenkirchen in Richtung Innsbruck, durch die auf der Bundesstraße der gesamte Wochenendverkehr nach Garmisch und Mittenwald führt. Jahrelang haben sich die Einwohner für eine Umgehungsstraße eingesetzt. Nun endlich wird sie gebaut. Jedenfalls prangt er am Straßenrand. Ein Transparent mit der Aufschrift Danke Alexander Dobrindt. Vielleicht hätte ich jetzt hier auch so ein Transparent anbringen sollen. Danke Monika Grütters. Okay. Ich lasse die Frage offen, inwieweit der Film Kirmes damit für die Zukunft gesichert ist. Als Faustregel gilt ja, dass sein Medium umso länger ist oder umso länger hält, je älter es ist. Ob man in 20 Jahren noch DCPs, also Festplatten in augenblicklichem Kinostandard, lesen kann, ja ob die Festplatten als Datenträger auch nur halb so lange halten, ist durchaus die Frage. Ebenso wie hoch die tatsächliche Lebensdauer oder auch nur die Rückwärtskompatibilität von LTO5-Bändern ist, auf denen die Scandaten gesichert sind. Das alles soll sie aber nicht daran hindern, den Film Kirmes jetzt zu genießen. Eines der wichtigen Werke von Wolfgang Staute und ein Schlüsselfilm für die Auseinandersetzung der jungen Bundesrepublik mit dem Nationalsozialismus. Vielen Dank.